Hau mit Schmantel! Hau mit Schmantel! Hallo Leute, ja, ihr hört mal wieder was von mir. Ja, ich weiß, in letzter Zeit kam von mir nichts. Ja, na, tausache. Ja, das letzte Mal kam was vor zwei Wochen. Das liegt daran, äh, ich hab ein, naja, was heißt kleines Problem? Nein, ich bin in, äh, in den Prüfungen. Das ist halt im Moment scheiße. Also, äh, ich check mit in den Prüfungen fest. Äh, hab jetzt gerade gestern, nee, heute, heute, heute hab ich, also, am Freitag, hab ich die letzte, äh, schriftliche Prüfung geschrieben. Und, ähm, Montag und Dienstag ist so eine kleine Einweisung für die Prüfung, die, äh, für die Prüfungsvorbereitung, die, ähm, Mittwoch ist, genau, äh, auf die mündliche Prüfung. Und, äh, am Donnerstag ist mündliche Prüfung. Und, deshalb bin ich im Moment, mit Videos kaum da, ja, na, ich soll mal was zu sagen, ja, das tut mir leid, aber da geht mir wirklich der Abschluss vor. Ja, das müsst ihr mir nachvollziehen, und, äh, ja, ja, weshalb ich hier gerade auf diese, Dings gehe, auf diese, äh, Schrift, äh, auf die, dieses Layout, genau. Ich hab jetzt so lange auch mit YouTube nichts mehr zu tun gehabt, äh, dass ich das auch total alles vergessen hab, tut mir leid. Ähm, ja, dann, dazu, muss ich jetzt auch noch sagen, hat er mich gerade vorhin beauftragt, soll ich Bescheid sagen, was der liebe Blitz-LP, im Moment, im, naja, auf Reise. Also, auf Tour, der muss, der ist halt im Moment nicht da, ähm, ich glaub auch nur noch, nächsten Monat ist er weg, glaub ich, ich hab keine Ahnung, wann er, äh, wie lange er noch weg ist. In dem Fall hat er mir, äh, geschrieben, ich soll mal, äh, das machen, beziehungsweise per Spaßmachricht-Geschick. Und, ja, da hab ich ihn halt, äh, hab ich halt jetzt gesagt, ja, klar, mach ich, ja, ist kein Problem. Und, das soll ich halt nur sagen, dass er jetzt, äh, weg ist, vorübergehend, aber trotzdem noch aktiv ist. Also, an alle, die ihn abonniert haben, ihr wisst Bescheid. Und, ja, eigentlich wollte ich heute Abend noch was aufnehmen, oh, okay, das könnte eventuell noch klappen, aber ich hatte ein so kleines Problem mit Euro Truck Simulator 2. Das Problem ist, es lädt das Update sich fast tot, ja, dann steht da, ähm, also, zuerst stand da, ne Spiel, äh, ne Datei fehlt. Habe ich den Steam Support aufgerufen, stand da drinnen, äh, man solle, das neu, also, die App Cage oder Change oder so, soll man löschen. Okay, 10 Uhr starten, dann müsste es gehen. Gemacht, ging nicht. Habe ich auf, ähm, Fehler überprüft, äh, stand drin, äh, eine Datei wurde angefordert. Okay, habe ich mir so gedacht, okay, das ist doch gut. Dann weiß ich schon mal, eine fehlt. Es sind das Update, auf einmal kommt mein Mac, Effie, da rein und sagt, ha, Virus erkannt. Äh, sofort unter Isolation gestellt. Mhm, toll. Und jetzt? Ich sehe, äh, ein bisschen doof, habe mir so gedacht. Ja, hätte ich heute noch mal Euro Truck ausprobiert. Was geht? Ich bin seit um 10 Uhr daheim. Ja, hätte ich das mal direkt aus, äh, ausprobiert. Und eventuell klappt's direkt, dass ich doch noch, äh, ein Video aufnehmen kann. Wenn nicht, dann entschuldigt's mir. Also, ich, ich hab trotzdem Bödsinn. Und im Moment ist halt auch noch eine, äh, Freundin von mir im Krankenhaus. Sie hat sich die, äh, Leiste, Leiste oder Hüfte. Ich hab keine Ahnung. Ich verwechsel das immer, äh, ich vergesse das immer. Eins der beiden hat sie sich auf jeden Fall gebrochen. Dreifach gebrochen oder so, ne? Die hatte heute auch noch ihre OP. Ja, toll. Weißt du, ich hab Prüfung und, äh, an dem Tag hat die ihre OP. Das ist scheiße. Ja. Und das wollte ich halt jetzt nur sagen, dass ich, dass ihr jetzt keine Sorgen, äh, über mich haben wollt, äh, haben müsst. Ich bin trotzdem, also da kommt ihr, ähm, Rage und ein Jonas-Freund. Ich bin trotzdem bei den Team-Confies dabei, okay, Dienstag war ich nicht dabei, weil ich Prüfung geschrieben hab, am Mittwoch. Und Dienstags hab ich halt ein bisschen gelernt. Nein. Äh, ich hab schon mal so halb Stünche oder so gelernt. Ähm. Und, dann hab ich mich halt, dann, danach war ich einfach im Tunnel. Kennt ihr ja bestimmt, wenn ihr euch auf was konzentriert oder auf was eingestellt habt. Nur Fokus da drauf, ja. Ich weiß nicht, ich hab's hier nicht da. Ähm, nur Fokus auf diese Sache. Und so war das bei mir. Äh, ja. Das war, ich hoffe, äh, also, es ist auch weit rum, ja. Und, mal gucken, wie das jetzt abgeht, also, was jetzt noch kommt bei mir. Und, ja, eine Nachricht kann ich euch auch schon mal verkünden. Ich bin zurück im SNP-Team. Ihr denkt euch jetzt auch, what, wie geht das? Ja, letztens war auch so, ja, äh, Scheiß-Track und so, äh, hat sich aufgeregt, weil du ihn Depp genannt hast und so. Ja. Ja, er kam über Blitz auf mich zu, beziehungsweise ich hab die Nummer gewechselt. Er hatte sie noch nicht. Er hat sie noch nicht. Der einzige, Moment, nein. Blitz hatte sie auch nicht. Er hatte meine zweite Nummer. Er hat mich heute angerufen. Mein zweiter Handy liegt auf dem Nachttisch, stumm geschaltet und, hab ich nie gehört, hä? Ähm, war vorhin da, stand auf einmal so, fünf Anrufe in einem Update, nein, ich bin so lach. What the fuck? Und zwei Nachrichten. Okay. Geguckt? Eine neue, äh, Sprachnachricht auf der Mailbox. Ich geh dran. Also, ruf, äh, tu die Mailbox erstmal abrufen. Ich sag jetzt nicht, bei welchem Unternehmen ich mit meinem Zweithandy bin. Auf jeden Fall nicht bei der Telekom und auch nicht bei E-Plus. Und auch nicht bei O2. Ähm. Ich musste erstmal meine Mailbox abrufen. Toll. Weißt du, jetzt, äh, denkst du dir, äh, scheiße, vielleicht ist was Wichtiges, ja? Nein, erstmal Mailbox abrufen. Ja. Erstmal Pin eingeben. Also, eigenen Pin eingeben. Dann, äh, ja. Sollst du noch Sprachaufnahme machen. Und dies und das. Ihr wisst, was, denkst du, wie sowas geht, ja? Ja. Dann hab ich so, äh, angehört. Kam so, ja. Wie ist das? Äh, ich. Hier. Das kam vorhin schon. Das wird als Virus angezeigt. Scheiße, deckt am. Sie können das in den... Sie können das in den... Sie können das in den... Sie können... Sie können... Wie soll ich das... Das, äh, hä? Moment. Moment. Den Fraggewicht... Den Fraggewicht... Ruf zu den Waffen! Moment. Computer. Laufwerk C, das ist also mein eigenes. Dann... Steam Library. Steam Apps. Geht's rechsecker. Äh... Moment. Da muss ich jetzt gucken. Da. Da. Ähm... ETS 2. Eigenschaften. Löhre. Löhre. Also. Ähm... Hat er so angerufen. Ja, dies, das. Äh... Dominik hat sich, ähm... Bei mir entschuldigt. Also, äh... Hat er mir gesagt. Also, dass er... Also, dass Dominik sich bei Blitz... Ähm... Dass Blitz mir ausrichten soll, dass Dominik sich entschuldigt hat. Und, äh... Es ihm leidtut, dass er so überreagiert hat. Ich mein, okay. Jeder hat mal seinen Tag, ja. Ich überreagier auch mal so, ja. Wenn's dann heißt, ja... Arschloch oder so, ja. Ich mein, normalerweise... Nehme ich das als Fun, ja. Wenn mich jemand Arschloch nennen. Und... Okay, ja. Denkst du ja auch... Das ist doch da gar nicht drinnen. Scheiße, der da. Das ist scheiße, der da. Das ist scheiße, der da. Ja, ich mach grad den Frenkel. Ähm... Steht er halt... Äh, ja. Wie ist das? Äh... Ich, ähm... Also, er hat er so gesagt. Ja, äh... Es tut mir leid, ja. Ich so... Ich hab mir so gesagt, okay. Jeder hat seinen Tag, ja. Jeder ist mal... Ein bisschen angepisst. Jeder ist mal, äh... So drauf. Ich mein, ihr könnt mir jetzt nicht sagen, dass ihr mal nicht euren Tag habt, wo ihr... Äh, Dings macht. Wo ihr dann mal einen auf Arschloch macht. Das könnt ihr nicht, nicht sagen. Ich bleib ganz ruhig. Ah, die Exo wird... Hä? Äh... 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 Ist auf jeden Fall so. Jeder hat seinen Tag. Und... Da hab ich mir halt auch so gedacht, okay. Ich hab auch das gar nicht mit... Äh... Gar nicht ernst genommen, dass er mich rausgeschmissen hat. Weil ich mir so gedacht hab, okay, jeder hat seinen Tag. Ich sag dazu nix, ja. Hab nix dazu gesagt. Und wer war wieder... Äh... Ich hab dann, äh, die Arschkarte. Ich war halt raus, ja, okay. Ich hab auch nix rausgemacht. Ich war halt... Natürlich war ich wüten, ja. Ich mein... Ich hab... Drei, ne... Halb ist sehr, was du so sagen. Nein. Das kann ich euch genau sagen. Weil ich im Edmonton-Team war. Oh, wie ist das? Da ist mein Team. Nein? Nein. Vor drei Monaten. Ja, drei Monate. Ähm... Drei Monate war ich Schritt. Und... Da hab ich halt, äh, mir so gedacht, okay, die letzten drei Monate für einen Scheiß verschwendet oder was? Hä? Ne, hab ich aber nicht. Ähm... Da... Ich stink's hab. Weil ich, äh... Ja. Da ich ganz ehrlich gesagt hab, ähm... Block mich jetzt nicht. Ja? Ist mir auch scheißegal gewesen. Hab mir jetzt so gesagt... Fuck you! Ja? Ist mir jetzt alles scheißegal. Und... Ja. Kann man halt so, kann man halt so. Naja. Machst du jetzt nix. Und kann man jetzt so, ähm, an... Ja, tut mir leid, ja. Also... Ja, okay. Ich will jetzt auch mich hier zum Affen machen, ja. Das... Will ich hier jetzt gleich sein. Ich will nicht zum Affen machen. Dass es irgendwie heißt... Oh, du hast mich hier niedergemacht und so. Nein. Hab ich nicht. Ganz ehrlich, hab ich nicht. Weil... Ich mein... Ich liebe meine Community. Die Community hat dieses Projekt... Ich meine... Äh, wenn ich das jetzt so sehe... 49 Aufrufe... Also, die Community hat dieses Projekt gefeiert, wenn ich das so sehe. 22, 29, 20, 34, 23, 33... Ähm... Ja, okay. 19, da ging es halt dann so langsam abwärts. 16 Punkte und so, ja. Also... 16 Aufrufe. Leute. Also, ganz ehrlich. Warum... Sollte ich jetzt, äh, was anderes, äh, machen? Als... Wieder zurückkommen? Ich mein... Beziehungsweise, warum sollte ich jetzt diesen Server niedermachen? Ich mein... Hallo. Der Server hat mir insgesamt... Moment. Das rechne ich jetzt mal schnell aus. Der Server hat mir insgesamt... Äh, 22, 29, 12, 14, 18, 23, 24,! 22, 24, 18, 23, 24. 8, 9, 10, 19, 16. Der Server hat mir insgesamt 273 Aufrufe gebracht. Wenn man so überlegt von der aktuellen Aufrufzahl. Ist nicht viel. Aber, jetzt kommt das aber. Es ist geil. Also, 273 Aufrufe. Ich meine, okay. Wenn wir jetzt mal so nach großer Beliebtheit sortieren. Habe ich hier also 4000. Ist heavy. Ja, ich weiß. Wer sich's noch nicht angeschaut hat, kannst du das gerne angucken. Oder hier. Okay. Das SMP. Das war auf RPG damals. 415 Aufrufe. Ja. Mit einem Park. Dann habe ich halt. Ich meine, insgesamt hat mir dieses Projekt mehr Aufrufe bedeutet. Das Video gegen Kiel. Also, Dumpster gegen Kiel. Ein und Auslauf. Oder. Der Kanal Trailer. Oder hier sogar. Das League of Legends. Das League of Legends. What the. YouTube, man muss sich nehmen. Oder hier von LOL. 208 Aufrufe. Okay. Sache ist nix. Oder so, ja. Ich meine, 273 Aufrufe. Für ein. Ähm. 67 Abos. Immer noch in den 50er Zahlen. Und in den niedrigen, äh. 50er Zahlen. Wenn man so überlegt. 67. Ähm. Auf jeden Fall. 273. Das ist. Schon. Eine Menge. Für einige 67 Aufrufen. Äh. Abonnenten. Ich meine, okay. 13.000 Aufrufe. Allein 4.000 vom, äh. Dings. Vom letzten Heimspiel. Von Darmstadt. Okay. Ja. Aber ich meine, ich habe jetzt auch schon wieder 280 Euro für die, äh. Liga investiert. Ich habe mir eine Dauerkarte wieder geholt. Zwar nicht vom selben Platz. Das heißt, ihr werdet es nicht wieder, nicht mehr so gut sehen wie, äh. Damals. Das war ja schon fast am F-Block. Jetzt ist es am A-Block. Also direkt im A-Block. Aber ihr werdet ein bisschen Fan-Action und so sehen, ja. Aber. Ich meine, 273 Aufrufe. Hallo. Das ist. Menge. Ja. Deshalb. Ich habe dem, äh. Ich habe diesem Server einiges zu verdanken. Ich weiß nicht, wie viele Abos ich da durchgekriegt habe. Ich meine. Es. Ich habe ja sogar fast angegeben. Ähm. Ich habe ja schon fast immer angegeben auf dem Server. Ja, ich bin der Flayer und so, ja. Schön. Denken sich die Leute, ja. Dann haben einigen, einige haben halt geschrieben, ja, dann schick mal den, äh, den Namen vom Kanal, ja. Die Dortmunder, das sind hier die Löwen in Portugal, ob schön oft gesorgt. Im Block sind wir alle gleich. Ja. Für Borussia und Hasen blau-weiß. Kämpft immer weiter für die Krieger der Stadt. Denn unsere Stimme haben euch schon oft zu Riesen gemacht. Wenn die Kurve sich einsinkt, als zwölfter Mann einspricht zusammen mit dem Team, dann die drei Punkte heim. Wir waren, als ich auf dem Server angefangen habe, waren es nur Rage und ich. Jetzt ist Jonas noch dabei, ja. Als ich mit dem Projekt da angefangen habe. Aber, jetzt ist es aber. Ich meine, Jonas schon, als er noch nicht bei uns auf dem Kanal tätig war. Er hat halt sein Privatleben, ja. Aber, ist verständlich. Ich brauche halt eine bessere Grafikkarte, ja. Oder, ich glaube, es ist... Aber mutmaßen nicht, dass ich von ihm wieder Anschiss kriege. Ähm, bei mir ist es, ich kann auch AMA 3 jetzt nicht flüssig aufnehmen. Ich meine, ich spiele mit maximal 15 FPS. Und das ist schon das Maximum. Ja. Keine Ahnung, was ich da jetzt machen kann. Jetzt am P-Team und auch im Funk-Spiel-Team. Und das ist, ähm, das sind so die drei Sachen. Dann hört ihr aber auch mal wieder was von mir. Ich hasse meine Stimme. Ja, okay, jetzt nicht mehr so stark wie damals, aber ich mag's ja immer noch nicht so ganz. Aber als Testplayer musst du dich halt mit anfreunden, ja? Deshalb, wir haben auch einen eigenen TS aktuell, ähm, beziehungsweise mir... Und, da sind wir halt im Moment drauf zu finden. Ich... Und, da sind wir halt im Moment drauf zu finden. Ist der Schwanz, der deine Mucke fickt. Deine scheiß Aktion zeigen, geben, was für Mund du bist. Runterm Strich zahlst du keine Beats, weil du kein Geld hast. Du bist nur der dicke Alter, Picke der Gesellschaft. Ich geb dir ein, dass du denkst, das ist ein Kind. Kirst du Nutze, das kein Battle, das hier ist deine Hinrichtung. Junge, du bist der, der kein Stolz kennt. Typischer Erfolgsfan und nach diesem Check nur ein Krugbus, der am Holz hängt. Jeder, der dich voll kennt, weiß, dass du ein Blender bist. Komm, ich zeig dir, wo die Grenze ist. Ries hat angerufen, nimm den Huren so nahe, bitte. Und mich zu ficken, kannst du knicken wie Sozialhilfe. Ich spiss gerade auf deinem Grabstein, versteck dich schon. Entzieh dir nicht deine Daseinsberechtigung. Ja, wir machen Geld, das ist Druck, frische Beute. Bitch, du wirst von erst so ein akustisch gehäutet. Guck, bei mir läuft es. Bei dir nur die Fans davon. Posten und dann löschen, dicker. Du wirst nicht mehr ernst genommen. Erster Song, alles aus. Messer gegen Panzerfaust. Dein ganzes Image fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Und komm mir nochmal mit Rechtsradikal. Und ich schwör dir, ich werde zum Rap-Kannibal. Sam, jo, du bist nur ein Blindgänger. Und weil ich's mit deinen Beats, alter. Du hast die Rechte nicht wie Linkshänder. Ich brauch keine Schläge, droh'n dich Ficken, meine Stimmbänder. Komm in den Pott und nenn uns Kindshänder. Der Block ist dann am Start. Zieh den Kopf aus deine Mann. Ich mich, sobald Rage oder ich, oder Jonas, die Acht, ne Jonas, ich rede von die Achtung. Aber egal jetzt, ja. Wenn einer von uns drei in die Achtung geknackt hat, werde ich versuchen, mich zu kümmern, dass wir in ein Netzwerk kommen. Für noch mehr Hits. Also, bei fast für noch mehr Hits. Das hört sich jetzt, äh, aufrufgeiler an. Ja, das hört sich jetzt an, als ob ich so aufrufgeil wäre, wie sonst was, ja. Ja, das hört sich jetzt an, als ob ich so aufrufgeil wäre, wie sonst was, ja. Blindgänger. Und weil ich's mit deinen Beats, alter. Du hast die Rechte nicht wie Linkshänder. Ich brauch keine Schläge, droh'n dich Ficken, meine Stimmbänder. Komm in den Pott und nenn uns Kindshänder. Vielleicht für, äh... ...zieh den Kopf aus deinem Marsch. Du fickst absolut die falschen Jungs im Pott, wirst du gejagt. Und du Opfer wagst, dich von Ultra zu sprechen. Dieser Diss ist, als würde ich in deine Pulsada stechen. Du Heuchler verleugnest dich selbst, du Punk. Redest von München, doch beziehst nur Geld vom Amt. Hürischer Uppercut und Lowkick. Wer hat gedacht, dass Sonic diesen Motherfucker so fickt? Niemand, alter. S-O-N-E-Doppel-K, der Typ, der diese Bitch versult hat. Jetzt ist dir, warum ich Reese geholt hat. Ich überlasse jedem selber seine Interpretation. Doch Samyo fickt sich selbst mit seinen Internetaktionen. Mahuni-Music, ähm... Hab ich... Kein Thema mehr, Rest in Peace. ...eine Interpretation. Doch Samyo fickt sich selbst mit seinen Internetaktionen. Doch im Prinzip, ich seh nicht mehr der Rede wert. Denn ab jetzt bist du kein Thema mehr, Rest in Peace. Die, ähm... Auflage. Und heute haben wir halt, ähm... Ein bisschen Daymusik mit drin. Und das fördert uns auch nochmal. Dadurch, dass wir die halt drin haben, gewinnen wir halt auch Abos bezüglich. Aber jetzt, wenn wir jetzt auf die Werbung schalten, könnte... Wir wollen damit auch kein Geld verdienen. Wir wollen damit auch nicht mehr fahren, bis zum Tod. Böpöp-Ballspielverein aus D.O. Sag mir, siehst du den Rauch? Sag mir, siehst du den Rauch? Sag mir, siehst du den Rauch? Siehst du den schwarz-gelben Rauch? Auf der Süd, das ist Leidenschaft. Ich heiße euch herzlich willkommen in der Meisterstadt. Schwarz-gelber Rauch. Feiern bis zum Abwinken. 80.000 Patrioten Dortmunder Stadt. Mit Theresa und Micky saufen, bis der Arzt kommt. Lifestyle, BVB. Wir supporten dich bei Sonne, Hagel oder Schnee. Ist scheißegal, kein Problem, das hier ist Liebe, die vom Herzen kommt. Wir kämpfen für dich mit, bis du für uns den dritten Stern bekommst. BVB, wir waren die Underdogs der Todesgruppe. Heut können wir verlegen, kurz mit deinem Blick nach oben gucken. Flashback. 97.000, es kommt mir wie gestern vor. 3 zu 1 in München, eingewechselt und direkt ins Tor. Weltpokal. Hello Horizonte, danke Zorg und herrlich. Helden meiner Jugend, bis man mich beerdigt. Schwarz-gelber Rauch. Voller Stolz, hier geboren zu sein. Du willst die Stadt sehen, dann komm vorbei. Siehst du den schwarz-gelben Rauch? Es ist Zeit und für 90 Minuten sind wir frei. Siehst du den schwarz-gelben Rauch? Siehst du das Feuer in den Augen all der Menschen? Sag mir, siehst du es auch? Meine Stadt, mein Verein, meine Farben bis zum Tod. Büpp, büpp, Ballspielverein aus D.O. Sag mir, siehst du den Rauch? Sag mir, siehst du den Rauch? Siehst du den schwarz-gelben Rauch? Auf der Süd, das ist Leidenschaft. Ich heiße euch herzlich, willkommen in der Meisterstadt. Emotionen und Rauch, deutscher Meister, steh auf. Mit uns als Festung im Rücken geht es weiter bergauf. Ich und Reese heben grad die Tassen auf euch. Scheiß auf Drogen, ihr seid das krassere Zeug. Wenn ihr im Rauch spielt, jeden Gegner ausspielt. 2013, Derby-Sieg, Hauptziel. Schwarz-gelber Rauch, mit den Jungs in die Kneipe gehen. Damit Bier und eine Bratwurst den Meister sehen. Als ich noch ein Kind war, war ich Schabizat als Tini Rositzki. Nun ist es gezählt. Ich schreibe so Hits wie Dortmunder Jungs, denn ihr habt mich immer inspiriert. Ich hab knapp 300 Stadiongänge hinter mir. Erst kein Moos gehabt, danach haben wir's auch geschafft. Kinder aus dem Ruhrpott, Dortmunder, Malocher Stadt. Schwarz-gelber Rauch, das sind Herzen, die brennen. Wir sind mehr als nur Fans. Wähl du den schwarz-gelben Rauch. Siehst du das Feuer in den Augen all der Menschen? Sag mir, siehst du es auch? Meine Stadt, mein Verein, meine Farben bis zum Tod. Böpp, Böpp, Ballspielverein aus D.O. Sag mir, siehst du den Rauch? Sag mir, siehst du den Rauch? Siehst du den schwarz-gelben Rauch? Auf der Süd, das ist Leidenschaft. Ich heiß euch herzlich willkommen in der Meisterstadt. Ich heiß euch, siehst du den Rauch, siehst du den Rauch, siehst du den Rauch, siehst du den Rauch. Ich heiß euch, siehst du den Rauch, siehst du den Rauch. Sag mir, siehst du den Rauch, siehst du den schwarz-gelben Rauch. Auf der Süd, das ist Leidenschaft. Ich heiß euch herzlich willkommen in der Meisterstadt. Ich heiß euch, siehst du den Rauch, siehst du den Rauch, siehst du den Rauch. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017